Hallo, hier ist der Martin von Wannemankees, das ist die DAX-Analyse für den Neuenstag den 18.04.2024 und unser DAX kriegt nicht so richtig die Steine aufeinander gestellt. Wir hatten zum uns darüber unterhalten, wie der DAX hier an der 17.800 sich so verscharrt hat. Obwohl das ja eigentlich so ein bisschen eine Kante sein sollte, wo er nach unten beschleunigen kann. Das konnte er nicht aufgreifen, weil er kein neues Tief gesetzt hat. Daher ist er unter den Vortagestiefs geblieben oder über den Vortagestiefs geblieben, so rum. Und ich hatte ja auch gesagt, dass ich insbesondere über 38 Stunden mir vorstellen könnte, dass er wieder nach oben treibt, in die 900 rein und auch in die 980, 18.000 rein. Wir haben auch unsere Lisa in den Long reingelassen, sie hatten auch durchgebracht und dann ist hier oben an die 910 gegangen. Das war ja der Gap-Kloss zum Montag. Auch wenn das hier mit den Kerzenschatten hier ein bisschen durchspiked jetzt immer. Die sind nicht ganz zu voll zu nehmen. Die müssen wir auch ein bisschen ignorieren. Aber, zumindest die Eröffnungskerzen. Aber, was wollte ich sagen? Genau, 910 war das Gap gewesen, als er dran gewesen. Das hat er quasi noch zugemacht. Und dann kamen die Amerikaner und haben auch schon einen Verteiler rumgeschrieben, bis man ein bisschen aufpassen soll. Weil die Amerikaner ja die letzten Tage eigentlich fast immer wieder, wenn der Markt vormittag ein bisschen hochgekommen ist, 14, 30, 15, 30 Stunden das Ding abgeschossen haben. Und haben auch hier den DAX wieder gut runtergebracht. Aber eben ohne neues Tief. Ohne neues Tief. Und das macht es jetzt durchaus interessant, weil er dann jetzt eben auch zum Donnerstag durchaus nochmal probierend könnte hier noch eine grüne Tageskerze ranzufummeln. Und dabei wäre es sogar erlaubt, nochmal ein neues Tief drunter zu setzen. Ja, also erst hier runter auf die 700 grüne Stundenkerze setzen und zack wieder hoch. Und dann könnte die Bude locker auch nochmal bis, ach sogar, der könnte sogar an den Trendrand springen schon. 39, das Xetra-Gap zumachen. Vom richtigen Xetra-Dax. Xetra-Gap zum Montag zumachen. Ja, 39. 39, 700, das wäre eine schöne Spanne für den Donnerstag. Wenn er Bock hat, wenn er mitspielen will, dann hätte er eine grüne Tageskerze, könnte am Freitag nochmal ein bisschen tiefer rein starten und dann nochmal nach oben ranziehen. Wäre also quasi eine positive Konstellation. Muss man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir sind ja in einem starken Quartal. Wir haben letzte Woche einen sehr schwachen Freitag gesehen. Die Woche davor ein Doji-Freitag. Also wäre auch mal wieder ein grüner Freitag dran. Und der hätte natürlich mit so einem Donnerstag eine schöne Vorlage. Das wird ihm nicht gelingen, wenn er sich den Donnerstag komplett unten rauslegt. Dann wird der Freitag nicht grün schließen. Dann wird der auch rot werden. Es war ein bisschen doll um die Ecke gedacht. Ich glaube, es ist auch gar nicht so ratsam, so reinzudenken. Aber ich will bloß sagen, es wäre ein schönes schönes Szenario eigentlich, was der Dax jetzt hier anspielen könnte. Wir haben, wir haben, ja, wir haben damit, ja, unten die 700. Wir haben noch eine 620, die ist auch interessant. Das wäre dann quasi das Band ausreizen. Aber ich würde jetzt gucken, das Donnerstag, ich würde gucken, wenn der runterkommt. Also ich könnte mir wirklich gut vorstellen. Neues Tief hier unten, 700, vielleicht sogar 620. Aber das wäre fast ein bisschen viel, oder? Wäre das zu viel? Eigentlich nicht, ja. Dann hätte er nämlich auch mal die Tiefs hier unten angeschoben. Ah, da würde ich mich wieder hingucken. 700, 620. Ob da sich grüne Schuttenkerzen ausbilden werden, ja. Traue ich dem Zuruhr in die 800 wieder zurück. Und eben an die obere Kante. Andersrum allerdings aber genauso. Wenn er zuerst positiv notiert, würde ihm hier unten irgendwie so eine Bereinigung, einen Abschluss fehlen, ja. Dann wäre das wahrscheinlich nur eine Flagge. Das heißt, würde oben auf 9 hoch von 39 auch direkt wieder nach unten gekegelt werden. Und müsste dann über Montag, Dienstag nochmal probieren, nicht drunter zu hauen. Also, dann lieber zuerst runter und dann hoch. Das würde vom Verlauf besser, technisch besser passen. Und ich denke, damit haben wir schöne Marken, mit denen wir den Markt zum Donnerstag hier eingrenzen können. Insbesondere unten eben die 700 und die 620, 650. Und dann eben oben die 800, 880 und die 930 vor allen Dingen. Die 930, die wird dann auch kleine Highlight-Marke zum Donnerstag. Ansonsten kann man nur sagen, über 930 wäre natürlich überraschend positiv. Er hätte Übertreibungscharakter oben dann zu entfalten, per Stundenschluss drüber. Und unten müsste er unter die 620 per Stundenschluss. Dann könnte er sich dort ein bisschen Momentum freischlagen. Das kann er an sich auch schon mit einem Stundenschluss unter 700. Dann kann es sich auch schon richtig gewaltfrei scheffeln. Aber durch die Tiefs hier links halt und die 620, ich wäre da ein bisschen vorsichtig. Das ist eine schöne Reaktionsmarke jetzt. Ja, mehr kann ich euch zum Donnerstag gar nicht mitgeben. Ja, wir sind noch hier im Entscheidungsbereich, tanzen noch auf der Stelle. Und auch auf Tagesebene am Band, ja, geht nicht aus dem Band raus. Das hat er jetzt verweigert. Er hat das Band wieder nur unten angetippt. Aber er hat ihm auch keine grüne Tageskerze gegeben. Die grüne Tageskerze wäre ja Kontersignal nach oben gewesen. Die hat er eben nicht gestellt. Ja, und von daher muss man es nicht zu positiv sehen hier. Ja, auf keinen Fall, denn die Kante, ab der es nach unten raus immer weiter und immer tiefer geht, die ist ja nicht weit weg. Ja, und so kurzfristig betrachtet noch negativ übergeordnete Aufwärtstrends natürlich noch intakt. Also noch eine Ebene höher wäre Aufwärtstrend noch intakt. Da ist das jetzt erstmal nur ein kleiner Rücklauf im Aufwärtstrend. Aber im kurzfristigen Bereich ist hier deine Korrekturphase, Abwärtstrend, der ist ja noch intakt. Das heißt, hier unter 27 Stunden Risiko auf der anderen Seite fahren. Unverändert zur Einschätzung der letzten Analysen. Ja, also, wie gehe ich zum Donnerstag um mit dem, was wir jetzt hier besprochen haben? Ich gucke ganz genau auf die 700. Ich gucke ganz genau auf die 26 Stunden, sehe ich grüne Stundenkerzen, probiere ich mich. Andersrum eben an den oberen Bereichen, gerade so eine 39. Dort würde ich, je nachdem wie rum wir da hinkommen, entweder Long reduzieren oder vielleicht sogar einen Short probieren. Wenn er von da oben runterdrillt, sich schön eindreht, könnte ich mir auch vorstellen. So, das wären so meine Sachen, die ich, glaube ich, für einen Donnersack ziehen würde. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Kling. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.